Ich nehme an, du hast schon gemerkt, dass Dory heute nicht da ist. Also ich werde sie heute vertreten. Und ich hoffe, dass wir warm miteinander werden. Ich bin Bob. Wie ist dein Name? Schön, dich kennenzulernen. Ich habe damals vor, lass mich lügen, 25 Jahren damals in den 80ern als ASMRtist gearbeitet. Deswegen habe ich noch so ein bisschen Gefühl dafür. Aber ich bin jetzt nicht mehr so up to date, was die ganzen ASMRtrends angeht. Tuck, 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 tuck. Von daher machen wir das heute so, wie ich es damals gemacht habe. So in den 80ern. Gut. Schön, dass du heute hier bist. Ich hoffe, dass wir gute Zeit miteinander haben werden. Und wenn was sein sollte, dann schrei einfach, wenn dir das irgendwie nicht gefallen sollte. Aber ich hoffe natürlich, dass es dir gefällt, ja, mein Junge. So. Ähm. Dory hat mir auch eine Liste gegeben mit den ganzen Sachen, die du gerne magst. Die, ähm, habe ich jetzt leider unten im Auto vergessen. Und deswegen, ähm, werde ich das jetzt einfach so spontan machen. Äh, ja. So. Äh. Gut. Äh. Okay. Dann fangen wir an, oder? Ja. Das ist meine Lieblingsfarbe. Und die kaufe meine Frau mir immer. Ich weck mir so einmal im Monat die Haare damit, ja. Damit man auch ein bisschen jung bleibt, ne. Zuerst habe ich mich da total gegengewehrt. Aber meine Frau hat gesagt, du musst das machen. Sonst verlasse ich dich. Ich hab gesagt, okay, dann mach ich das nicht. Aber sie hat dann drauf bestanden, dass ich das mache. Also. Hm. Das ist jetzt mittelbraun. Normalerweise mache ich pechschwarz. Aber diesmal ist das ein bisschen zu, zu dolle geworden. So dass meine Frau mir das hier gekauft hat. Sie hat gesagt, das sieht dann nicht so günstlich aus. Was ist so gut. Ähm. Ja. Ja. Happy wife, happy life, na. Was soll ich sagen. Ja. Du. 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 Das war der erste. Trigger. Ich hab da noch. Ich hab da noch. Ich hab da noch. Wenn ich Feierabend habe, ne. Dann hab ich mir noch den hier geholt. Deswegen auf jeden Fall, dass du schnell einschläfst. Trinkst du eigentlich? Warum? Wie alt bist denn du? Dann lass es lieber, lass es lieber. Kann ich dir nicht entfernen? Kann ich dir wirklich nicht empfehlen. Wir haben damals alle gesoffen in den 80ern. Jetzt wandelt sich das so ein bisschen, ne. Dass die Jugendlichen so ein bisschen steifer werden. schreien sie. ... ... ... ... Oh, meine Rücken. Du, der bringt mich wohl. So, ich habe jetzt was mitgebracht. Das ist mein, wirklich mein allerliebstes Stück. Das habe ich schon, das habe ich schon so lange, und zwar ist es mein Rasierer, den habe ich von meinem Großvater, seinem Onkel, seiner Tante, ein ganz besonderes Erbstück ist das. Nicht anfassen. Das darf keiner anfassen. Das ist nicht mehr meine Frau. Oh, okay. Das ist ein Dino-Hippies. Okay. Okay. Die wachsen auch wie Unkraut. Klar, die Kotletten. Meine Frau meinte, ich soll sie lassen. Aber mich stellen die manchmal. Früher, als wir uns kennengelernt haben, hatte ich die Ehre bisher. Ja, ja. Ich glaube, sie kann sich immer noch nicht von diesem Bild trennen, wie ich damals auch sah. Bist du jetzt langsam milder? Okay. Nicht schlimm. Ich mache das noch ein bisschen weiter. Meine Frau kocht eh erst um neun. Bis dahin brauche ich gar nicht erst nach Hause kommen. Ich will mich von hier ankacken lassen. Okay. 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 So, ich habe noch ein paar Sachen, aber ich habe noch ein paar Sachen. Okay. So. Und? Bist du schon etwas müder? Nur so ein bisschen? Was habe ich denn noch? Muss ich mal gucken. Das habe ich schon benutzt. Was magst du denn so? Das habe ich leider nicht. Hast du sonst noch irgendwelche Wünsche, Vorstellungen? Wie wäre es hiermit? Rixona. Man. Motion Sense. Cobite Dry. Dry Protection. Anti-Transparent. Persparen. Das kaufe ich mir immer wieder nach. Seit 86. Seit 86. Du weißt ja, wie wir Männer sind. Du weißt ja, wie wir Männer sind. Nach Wagton. Halt und Nach remarken. Haltス Coole. Halt und発. Halt. Du weißt ja. Hart. Whack. Was immer du weißt. Wie ist das. Das war in Waldo. so Kennst du die hier? Die sind richtig gut. Ich hab mal mit seinem Vater damals zusammengearbeitet von Wilkinson, Wilkinson Senior, war ein guter Mann. Ich musste aber aufpassen, die sind richtig scharf. Ich musste richtig aufpassen. Ich bröne dieuellementsten Kapplatschern. Ich schaufe meine Schwerch an. Dich kam ich durch dein Kapplatschern. Ich war so schön, wie ich es gut lege. Ich kann doch mal den Kapplatschern und ich bin ausschli, ich muss das mal schweig sein. Geschw Wickung im Kapplatschern. Ich bin jogger Po Кто-Pack, konnte ich hören, will ich jetzt für mich nicht schmerzen. Ich kann mich nicht schreien. Ich kann mich nicht scherzen, ob ich zu den Kapplatschern. So, das packe ich wieder ein. Bevor sich hier einer überlässt von uns beiden und ich dann nachher wieder von Dori einen Schuss bekomme, dann Brüsterchen für dich sagen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich hier für dich noch tun kann. So, ich mache jetzt mal hier mein Bierchen auf und warte so lange, bis du einschläst. So, ich bin hier und wenn was sein sollte, ich bin hier, ja, so, ich passe auf dich auf. So, ich hoffe, das hat dir heute gefallen. Dann, ähm, vielleicht sehen wir uns nochmal, ne, ähm, schlaf gut, ja.